Sobald ich gegenderte Sprache höre oder lese, wird mir körperlich übel. Ich glaube, so wie übel Eric Clapton wird, wenn er falsche Töne auf der Fender-Statocaster-Gitarre hört. Der Gedanke dazu ist, ich halte Gendersprache für eine postaufklärerische, neomittelalterliche Form von Tollwut und hoffe, dass das bald wie eine Seuche oder wie eine Mode vergeht. Ähnlich denkt das Peter Sloterdijk, der deutendste Philosoph, der auf der Welt im Moment lebt und meiner festen Überzeugung nach 99 Prozent unserer Bevölkerung.